Herzlich Willkommen bei Star Wars Battlefront 1. Wir starten in aggressive Verhandlungen auf Kashyyyk. Okay, also, können hier die druiden Raumjäger nehmen, oh geil, oh Count Dooku, was macht der denn hier, hallo, ich will den haben, okay. Oh, ist aber schwierig hier zu drehen, hallo, warte mal, was macht der denn da, Raumtoko, ist ja im Aufräumen. Ah, jetzt haben wir einen Zoller, ne, vom Dooku, das ist ein Mauchwein. Es brennt das hier auch noch. Licht im Gegner, Alter. Manchила! Manchила! Manchila! Manchila! hey kommen wir helfen leute hier 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 Wauw, wauw, wauw. überall rein halten er wird scharf geschossen auf jeden fall ich weiss hier konnte man ja auch gegen das spiel, aber man hat immer nur KIs wäre mal schön zu wissen ich würde auch gerne Helden spielen ja dann ja so kommt Gugu, hat er seinen Spaß scheinbar ja, wir haben jetzt schon das ging ja schnell ok Leute wir sehen uns in der nächsten Mission Ciao